Musik 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 Es war damn nett! Sie haben geklebt Wir sind wieder da! Ja 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 Mit Mit Meinem Schaaz Ja Mit Meinem Schaaz Ja Schleichwerden Wir lassen uns lieber weitermachen Ja Wir haben Gandalf verloren Gandalf ist tot Wir werden alle sterben Und wir fangen jetzt an Ja Helm Wo müssen wir eigentlich lang? Weißt du wie die Orks zum ersten Mal das Licht der Welt erblickten? Einst waren sie Elben Doch Doch wurden sie vom dunklen Hirscher und der Jocht gefoltert und verstümmelt Eine zerstörte und schreckliche Lebensform die nun Vollendet Mein kämpfender Uruk-hai Einer der Halblinge trägt etwas von großem Wert bei sich Bringt sie mir lebendig und unversehrt Tötet die anderen Das war Es gab Ja Wir werden alle sterben Ich bin es haben Ich bin froh Aber ich bin lieber Ja 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 Was ist denn hier hinten noch alles? Ich übernehme das So Wenn da hinten noch dazu Na komm wieder Was? scheint irgendwie noch so viel zu sein archiv wo wir wollen was uns doch übernehmen 9 und kaum vernichten diesmal würde ich gerne einen kleinen Abstecher hier links und da das lieb wo das Recht meine Weg geradeaus Prozent Prozent auch gut ja es ist ein Prozent die Folge beginnt sehr interessant muss ich sagen die YouTuber also wir planchen hier sehen was herum und da war es ist unfassbar ich habe sie geschafft oder auch nicht oh mein Gott ja also man sieht schon Prozent man kann und ihr wisst schon zack zack und zack oh da habe ich was vergessen wir haben uns über dranbleiben zack oder auch nicht jetzt kannst du doch erst da mit springen jetzt oder auch nicht jetzt aber komm jetzt wollte ich den Bogen jetzt soll ich schlemmen dann kriegt das nicht die Backen ja du solltest die Kamera vielleicht ein wenig anders einstellen ich habe es auf oh mein Gott nee ja ja dann lass mich Legolas mal spielen warte ich habe noch drei Versuche war gut jetzt ich bin ich bin ich bin ja was ist hier los so jetzt aber ja kommt ich komme da eh nicht rüber deswegen das ist okay 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 ich bin was für einen Sprung dieser Legolas verwundert nicht auf wirklich immer ja und jetzt vielleicht kann man sein nach oben springen dann springen doch spring sah gut aus das war sehr eigenartig okay ich drehe mal die Kamera jetzt brauchen wir so wahrscheinlich das ist schon einfacher du solltest jetzt einen Bogen schießen vielleicht 2 oh mein wir mussten das macht automatisch ja ok jetzt aber nein nicht schießen jetzt springen springen und runter oh mein Gott war das nackt zerhackst du, da ist ein Mitril drunter ich hab nichts gedrückt und bin trotzdem reingefallen also so und jetzt wenn ich jetzt weiterlaufe dann wirst du eh ja dann lauf mal aber erstmal will ich auch ein bisschen erkunden ich bin wieder auf die Wand ich bin wieder auf die Wand die Wand oh ja ja Mögen diese Mäntel euch helfen, euch den Blick unfreundlicher Augen zu entziehen. Und für dich, Sam, weiß Gamchi, Elbenseil aus Hitline. Ich danke euch, Herrin. Leb wohl, Frodo Beutlin. Ich schenke dir das Licht Erindies. Möge es dir ein Licht sein an dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter ausgehen. M-Taste. Kann ich jetzt nicht bewegen, ey. Ich bin schneller. 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 Muss ich hier steuern? Nee. Nee, ich steuere nicht. Ich drück nur M. Da steht dieser M-Bogen. Bei mir steht gar nichts. Das war jetzt ein sehr interessantes Level. Ja, ein sehr kurzes. Lasst uns weiter. Bei Einbruch der Nacht überqueren wir den See. Wir verstecken die Boote und gehen zu Fuß weiter. Wir nähern uns Mordor vom Norden her. Wir sollten aufbrechen. Noch nicht. Orks bewachen das Ostufer. Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit. Wo ist Frodo? Keiner von uns sollte allein wandern. Du am allerwenigsten. Ich weiß, warum du die Einsamkeit suchst. Es gibt andere Wege, Frodo. Andere Pfade, die wir einschlagen können. Ich weiß, was du sagen willst. Und es würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnte. Warnt sie? Ich trachte doch nur nach Stärke, um mein Volk zu verteidigen. Wenn du mir den Ring nur leiden würdest. Nein. Du Narr! Es sollte mir gehören. Gib ihn mir! Ich bin bestimmt froh, oder? Ja. Jetzt kann ich ja schon wieder so... Hier docks haben wir hier hingelaufen! Was ist das denn? Halt der einen gedrückt, um zu werfen. Wohin denn? Oh mein Gott! Ah, klar. Frodo. Frodo. Ich hab' aber keinen, der das jetzt... Ich hab' aber keinen, der das jetzt... Du musst paddeln, oder was? Ach, ich muss verbrennen. Das heißt, ich muss ne Fackel suchen, oder wie? Äh... Ich mach' denn ihr! Ich mach' dich jetzt! Ah, ich mach dir! Oder? Mach' dich doch nicht. Nein. Hä? Ich kann gar nicht mehr... What must I'm doing here? Und was soll ich jetzt hier machen? Hast du schon einzeln? Weiß nicht, was ist das zu sein denn? Nein, da soll ich anzünden. Ja, wie? Zamm! Ja, habe ich nicht. Ach, ach so. Komm, Frau, ohne weiter. Ach, wie ist das? Ah, alles klar. Da kannst du was bauen unten. Zack, 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 zack. Ah! Muss einer mal dranschreiben, dass man die Teile zerhacken muss. Naja. Wird sie schön dran kleben. Zack. Wird ich dich wahrscheinlich irgendwie finden. Wird ich dich wahrscheinlich irgendwie finden. Wollen wir jetzt hier drücken? Zack. Und hoch. Okay. Ich habe eine Schuhe hier vorne. So, und jetzt? Da oben dann? Ja. Fang, fang, fang. Ja. Du hast eine ungünstige Stelle erwischt. Geil. Alle, hopp! Du hast Seni. Gib dich, gib Alba. Du hast es eing�aden. Gubert. Du hast das gefangret. Du hast sie accountability. Du hast sie Verantwortung, du hast sie. 1 plus jetzt Was ist bei dir so los? Ich schiebe hier so vor mich hin Ich schiebe gerade schon wieder an ihn durch Okay Und wie, wo soll ich? Alles klar Das ist ein Hateres verschieben Von dem Gegenstand Von dem Gegenstand Pam 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 So, steinchen aufgehoben Und sonst wo hin, gefeiert Aber auch nicht Was solltest du jetzt eigentlich mitmachen? Nein Das ist doof, diese Zwischensequenzen Ernsthaft Ich habe noch gar nichts Ich weiß Aber das macht sich ein bisschen schlecht für mich dann halt Ja 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 Ach komm Jetzt Dann wirst du Geschafft Wie komme ich denn da auf? Alles Hopp Alles klar Danke Und wieder Schärfen Allehop Okay, hopp! Ich bin wohl oben hier und muss ja auch denken, was denn da alles ist. Ähm, da ist... Ich kann mir nix nur mal diese komische Fiole. Wer bringt mir das jetzt? Ja! Bäm, bäm! Immer hoch auf die Statue, immer hoch! Zack! Wo! Oh! Jetzt! Ah! Oh! Direkt auf Bohr um hier rauf! Oh, da bin ich froh! Oh nein, ich bin bereit! Okay! Wie war's das für mich? Weiß ich nicht, vielleicht muss der auf mir warten oder was? Oh! Schwertzücken! Sieht fast so aus! Überhaupt nicht! Ich bin, glaube ich, auf der anderen Seite, oder? Oh! Du kriegst den Ring nicht! Das ist mein Ring! Mein Schatz! Ah! Perl! Hey! Ochs! Was? Perl! Achso! Alles klar! Aragorn! Ups! Genau! Die ist ja so grün! Scheiße! Was hast du hier eigentlich gemacht? Die ist mir runtergefallen, dieses Scheißschwert! Wo ist es denn? Da! Da oben ist es wieder! Wo? Da oben ist es wieder aufgetaucht! Das ist wieder erschienen! Ist das doof? Da ist es! Und jetzt? Wo machst'n du da? Na, zerstecken laut! Befolgt der grünen Spur, um etwas zu finden! Frodo? Wo ist der Ring? Er hat sich Boromirs bemächtigt! Würdest du ihn vernichten? Ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen! Geh, Borom! Oh! Auf! Jetzt wird gemerzelt! Oh! Ich glaube nicht! Oh! Gib ihn auf mich! Ja, schieß! Oh! Es gibt keinen Kumpfons! Oh mein Gott! Halt! Speichern! Und! Machen! Wir speichern! Komm mal her, du Gembi! Du löst mir zu viel verboten, ja! Was muss ich? So! Wo willst du mich jetzt hinschmeißen? Achso! Guck mal her! So, wo sind jetzt die Gegner hier? Oh! Wo sind sie denn? Wo kommen sie denn? Was ist das hier? Wo ist die? Ich bin echt eh! Es ist ein Pfeil! Man kann nicht innen! Ja! Mensch! Guck mal zu! Sie sind doch gegen den Typen, der da oben ist! Warum schießt du denn eigentlich nicht heute? jetzt 10 habe ich total wahr ignoriert Pam 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 genau, wir kriegen uns wieder gegenseitig ja Pam Twink Twink Schon ein bisschen härter hier Wir haben schon ein bisschen mehr auf dem Kasten Wo sind sie? Warte Der liegt mit unten, der andere ist immer kaputt Den da oben müssen wir wieder abschießen Da oben fällen Genau Komm alle, ey, ey, ey Wir geben dir nicht den dritten Mannheit Ja, ey Wirf mich Komm her, ey, ey, mach ich gar nichts Pfff Oh mein Gott Hä Na, Aagorn, du störst Pfff 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 Oh mein Gott, ey Geh weg von mir Pfff 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 Stopp Oua Hört doch Hört dann nicht hoch Pfff Pfff Ja Das Horn Gondors Pfff Nein Hahahaha Hahahaha Hehehe Oh mein Gott, ich bin noch am Boden hier, ich bin auch noch. Wie benutzt du das Scheißschild? Kein Plan. Das darf man nie chippen. Geh weg! Nein! Nein! Äh! Jetzt ist sie dabei. Hallo? What the fuck? Nein! Stopp! Oh, Stein. Und da oben diesen Typen da. Genau. Alles klar. Jetzt hat er nur noch einen Platz. Zack! Ja! Alter! Ja, Alter! Das ist so doof. Oh no! Ganz bestimmt, ey! Ist das krank? Ich bin so tot, Alter! Ja! 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 Hallo! Ich werd hier schon wieder weggezogen, ey! Ich bin nur am Humpeln! Zack, 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 zack! Du musst wieder nach oben da hin oder oder? Ne, keine Ahnung. Ich bin schon dabei. Zack, zack! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ja, komm mal ein bisschen ran, so zieh ich nicht! Ich bin schon da! Ich bin schon da! Sehr hoch! Oh, weah! Oh, weah! Was kommt jetzt? Ne Banane! Oh mein Gott! Die Banane des Todes! Ne Banane! Ja, ey Banane! Sag mal einer die Mühe! Karate! Ach ütze! Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt muss ich mit, ich hab ein einziges Leben noch, oh, springen kann ich auch nicht mehr, ein einziges Leben noch. Ich bin so tot, ich bin so scheiße tot, oh mein Gott, da oben ist ein, oh, ich hab die Zeit vergessen, egal, wie kommen wir jetzt da ran, ab, stirb, stirb, da oben ist der scheiß, ja, ich seh schon, stirb, stirb, die Banane, Alter, haben sie wohl Kinder hier recht gemacht, wa? Ja. 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 Ja, ich hab ihn. Ey. Was alles nur? Ey. Es wird gut. Äh. Noch wird unser Volk versagen. Unser Volk. Ich wäre dir gefolgt, mein Bruder. Mein Hauptmann. Mein König. Mein König. Oh, Sam. Los, komm. Ja, wenn wir das wissen. Ja. Ja. Das war die Folge, in der Boromir starrt. Durch eine Bananen, versteht sich. Ja. Vaga. Okay, ich habe mir die Folge gefallen. Wer hat es häufig auch? Und, äh, wir verabschieden uns. Diese Folge war etwas länger als sonst, aber was soll's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Bye.